Hallo zusammen und herzlich willkommen bei iX1 Drive. Ich bin der Fabi und möchte euch auf dem neuen Kanal hier in Zukunft alles rund um den Hübschen hier zeigen, nämlich den vollelektrischen BMW iX1, den Kompakt SUV und ja, kurz zu mir, ich mache das Ganze neben meiner Arbeit in der Freizeit, das heißt, ich mache es wirklich nur als Hobby. Ich habe auch noch nie YouTube-Videos gemacht, deswegen bitte ich euch, die Qualität, die es jetzt vielleicht am Anfang hier erstmal gibt, zu entschuldigen, das heißt, es wird vom Ton her vielleicht nicht ganz so gut sein und auch von den Videoaufnahmen, ich mache das alles, bringe mir das alles selbst bei und schaue einfach, dass wir es natürlich auch wieder ein bisschen noch besser machen. Ja, was haben wir vor in Zukunft hier auf dem Kanal? Wir werden alles mögliche an Alltagstests mit dem Auto machen, wir werden Reichweitentests machen, wir werden Ladetests machen, auch mal Vergleichsfahrten, wenn ich andere Autos bekommen sollte, werden wir die natürlich auch mal im Vergleich setzen und ja, und alles, was wir sonst erleben, werde ich hier versuchen zu dokumentieren. Das ist auch kein Testwagen, sondern das ist unser Auto, unser Familienauto, wir haben auch kein weiteres, irgendwie einen Verbrenner, sondern wir sind voll auf elektrisch umgestiegen und sind selbst gespannt, haben wir ein halbes Jahr schon mal einen Ioniq 5 gefahren, haben wir deshalb auch ein bisschen Erfahrung. Ja, ich selbst habe mich seit anderthalb Jahren ungefähr mit der Elektromobilität auseinandergesetzt und beschäftigt und habe auch schon ein bisschen Erfahrung jetzt, wie gesagt, sammeln können und ja, ich bin gespannt, was wir hier zusammen auf dem Kanal erleben werden, was wir hier herausfinden über dieses Auto, was für Vorteile hat es, was für Nachteile hat es, ja und bevor wir lang quatschen, würde ich sagen, heute machen wir erstmal eine erste Verbrauchsfahrt, ja und alles weitere sehen wir dann, wenn wir uns im Innenraum sehen. So, da sind wir wieder, jetzt im Innenraum, hier im BMW iX1. Wir wollen heute einen Verbrauchstest machen, habe ich gesagt, also einmal eine Verbrauchsrunde, ich habe mir das überlegt, das sind so knapp 50 Kilometer, da fahren wir Bundesstraße, wir fahren ein bisschen durch die Stadt, fahren dann auf die Autobahn, nochmal ein bisschen städtisch, dann nochmal auf die Bundesstraße und durch den Ort. Das heißt, es ist wirklich ein guter Mix, der das so repräsentieren kann, ganz normale tägliche Fahrten und diese Runde werden wir auch ganz wichtig immer fahren, wenn wir Vergleichsfahrten machen, wenn wir mal Verbrauchstests bei anderen Temperaturen machen, werden wir immer diese Runde fahren. Ja und wir starten das Ganze mal und müssen dazu natürlich dann erstmal den Verbrauch einmal zurücksetzen, das machen wir jetzt hier, setzen den Verbrauch, den Individualverbrauch auf Null. Ja und dann sind wir gespannt, ich erzähle euch unterwegs ein bisschen was zu dem Auto. Wir haben heute, ganz wichtig, noch 8 Grad draußen, das heißt, es ist noch doch ziemlich kalt und ich bin selbst mal gespannt, was wir dann hier für einen Verbrauch erzielen. Ja, BMW iX1, was gibt es dazu zunächst zu erzählen, ist jetzt im November auf den Markt gekommen, Verkaufsstatt war im Oktober, wir haben auch gleich einen bestellt, deswegen konnten wir jetzt auch so schnell den bekommen, da sind wir sehr dankbar dafür. Ja, der iX1 hat eine Länge von 4,50 Meter, ist also sehr kompakt, vergleichbar mit einem VW Tiguan oder auch einem Skoda Carrock. Ja, von der Größe her 1,85 Meter ohne Spiegelbreit und hat eine Höhe von 1,62 Meter. Er ist ein Allradgetrieben, den gibt es im Moment nur in der X-Drive 30 Version, das heißt 230 kW Allradgetrieben, in alter Währung 313 PS, maximale Leistung, bei einem Drehmoment von 490 Newtonmetern ungefähr. Das heißt, der geht schon gut im Modus, im Sportmodus, vor allen Dingen, da hängt der wirklich gut am Gas, was ich jetzt sehen konnte. Was nochmal für den Verbrauchstest jetzt wichtig ist, wir fahren das Ganze im Driving Assistant. Wir haben hier den Driving Assistant Plus drin in dem Auto, das heißt, er hat einen adaptiven Tempomat, er hat die Spurhaltemöglichkeit und damit ich persönlich nicht jetzt so sehr den Wert beeinflusse, fahren wir das Ganze im Driving Assistant. Das heißt, das Auto macht eigentlich alles alleine, es rekuperiert im D-Modus, adaptiv. Was ich ganz besonders gut finde, ist, wenn ich abbiege, wenn ich das vorher dem Auto sage, ich möchte abbiegen, den Blinker betätige, dann rekuperiert er so und bremst das Auto so ab, dass ich perfekt um die Kurve fahren kann. Und das ist schon wirklich, wirklich sensationell. Das erste aber da auf den Driving Assistant und auf die Assistenzsysteme dafür. Damit gehen wir nochmal in einem anderen Video nochmal ein bisschen rein. Ja, wir haben das Auto im Storm Bay Metallic bestellt. Das habt ihr ja bei der Außenaufnahme sehen können, die Farbe. Und in der X-Line, das heißt, wir haben kein M-Sport Lenkrad und dadurch auch nicht den Bußknopf am Lenkrad. Aber wir können das hier ganz normal über den Sportmodus dann einstellen, was wir jetzt aber nicht machen. Wir fahren heute im Personal Mode, das heißt, es ist alles soweit eingerichtet. Der fährt ganz normal in einem ganz entspannten Modus, auch kein Eco-Modus, sondern wir wollen mal gucken, wie ist der Verbrauch, wenn er wirklich ganz normal hier fahren, ohne dass wir großartig was am Modus ändern. Ja, das Auto gibt es natürlich auch als X1. Das wird in Regensburg gebaut und da im Werk laufen auf einer BMW-typisch auf einem Band alle auf einer Produktionsstrecke, alle vier Varianten, die es gibt von diesem Auto, was die Brutalisierung angeht. Diesel, Benziner, dann haben wir den Hybriden, den Plug-in-Hybriden, den es auch noch gibt und natürlich den Voll-Election laufen alle von einem Band in Regensburg. Ja, und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was der Verbrauch hier erzielt. Zur Motorisierung, wie gesagt, 230 kW als Allrad und Motoren sind hier verbaut vorne und hinten jeweils fremderregte Synchronmotoren. Das heißt, wir haben geringe Schleppverluste, weil ein Motor, nämlich der an der Vorderachse, hier die meiste Arbeit macht. Wenn wir ganz normal hier unterwegs sind, ohne großartig volle Leistung abzurufen, dann wird er die meiste Zeit, wenn wir am Rollen sind, nur den vorderen Motor benutzen und den hinteren zuschalten, sobald dies erforderlich ist, die Leistung das erfordert, die Leistungsabnahme das erfordert oder auch die Traktion das erfordert. Das kann ja natürlich auch mal sein, dass er da regulieren muss. Das macht er dann im Allradmodus und diese fremderregten Synchronmotoren sind deshalb so gut, denn der zweite Motor wird, wenn er nicht gebraucht wird, komplett abgekoppelt. Wie ich gesagt habe, keine Schleppverluste deshalb und das sollte noch ein bisschen effizienter sein. Ja, die Batterie. 64,7 kWh nutzbare Energie. Das heißt, im Alltag wird man so ungefähr 60 kW rausfahren aus dem Akku. Dann sollte man deutlich unter 10% schon sein, was die Reichweite angeht und den Füllstand. Und das werden wir natürlich alles mal überprüfen, wie lädt er bei verschiedenen Ladeständen. Das werden wir alles zukünftig machen. Heute, wie gesagt, geht es auf die Verbrauchsrunde. Wir sind jetzt aus der ersten Ortschaft raus und schauen jetzt mal auf der Bundesstraße. Wie gesagt, der fährt ganz normal alleine im Driving Assistant. Ich brauche hier eigentlich nichts machen. Kann den Fuß habe ich weg vom Strompedal. Brauche auch eigentlich die Bremse nicht betätigen. Das macht er alles selbst. Wir fahren jetzt hier auf der Landstraße mit 100 kmh. Das ist jetzt der Abschnitt, wo wir mal 100 kmh fahren können. Auf der Autobahn, ganz wichtig, werden wir immer 130 kmh fahren. Und die verschiedenen Geschwindigkeiten und Verbräuche, das machen wir auch nochmal in einem separaten Video. Heute geht es erstmal darauf, einmal bei 8 Grad, jetzt sind es bloß noch 7,5, die Verbrauchsrunde hier einmal zu fahren. Ein erstes Mal. Und dann werden wir mal gucken, wenn es mal richtig schön knackig kalt ist, dann werden wir die Verbrauchsrunde auch mal bei 0 oder unter 0 fahren. Wir werden die auch nochmal fahren bei 15, 16 Grad, bei 20, 22 Grad, da wo sich eigentlich das Elektroauto am wohlsten fühlen sollte. Und wir werden auch nochmal den Verbrauch testen natürlich im Sommer, wenn es richtig schön heiß ist. Ja, was gibt es sonst noch? Innenausstattung, seht ihr hier, haben wir eine helle Innenausstattung gewählt, weil das Auto doch so recht dunkel ist. Von außen und auch hier vorn alles dunkel ist, es ist alles unterschäumt. Hier wirkt es wie Leder. Auf jeden Fall ist es Leder, ist aber kein Leder, sondern es ist Lederersatz sozusagen. Ja, wie gesagt, wir sind unterwegs jetzt im D-Modus, das heißt, er rekuperiert adaptiv, so wie es die Fahrsituation hergibt. Wir können auch im B-Modus fahren, das heißt, dann kann ich einstellen, wie stark soll er rekuperieren. Das ist so, im stärksten Modus ist es so eine Art One-Pedal-Driving nicht ganz. Er kommt nicht komplett zum Stillstand, außer wenn man mit dem Tempomat natürlich unterwegs ist, dann hält er auch an, wenn vorher das Auto dementsprechend oder die Verkehrssituation das dementsprechend so benötigt. So, wir haben die ersten 13,5 Kilometer, der knapp 50 Kilometer hinter uns und ich wollte euch noch ein bisschen was zum Verbrauch erzählen. WETP-Reichweite wird 417 bis 440 Kilometer von BMW angegeben bei einem Verbrauch von 16,8 bis 18,1 Kilowattstunden. Ja, und dann können wir mal gespannt sein. WETP-Reichweite, diejenigen, die sich mit der Elektromobilität schon ein bisschen beschäftigt haben, wissen, dass diese Reichweite ein Laborwert ist und eigentlich so kaum im Alltag zu schaffen ist, außer man fährt wirklich im Eco-Modus irgendwie 40, 50, 60 Kilometer pro Stunde auf der Landstraße. Aber sonst wird es schwierig. Ich bin gespannt, was wir heute hier rauskriegen. Dann 400 Kilometer Reichweite wäre natürlich schon sehr schön und sehr erfreulich. Sind wir mal gespannt. Wir haben im Moment jetzt 31 Prozent Akkustand und noch 107 Kilometer angezeigte Restreichweite. Das heißt, das wären dann 300 Kilometer Reichweite bei siebeneinhalb Grad. Das ist aber für den Winter schon gar nicht so verkehrt bei der Akkugröße. Ich bin gespannt, wie es am Ende aussieht im Moment. Ohne das Ergebnis vorwegzunehmen, sieht es wirklich sehr gut aus. Aber wir sind auch Landstraße gefahren. Wir hatten ein bisschen Verkehr, das heißt, wir konnten nicht überall 100 fahren, wo 100 erlaubt war. Zwischendurch war auch noch mal eine 70er Zone. Jetzt Tempo 130. Es ist frei. Wir können schön mit dem Verkehr mitrollen. Das ist beim adaptiven Tempomat ist auch die Geschwindigkeit dementsprechend eingestellt auf 130. Wenn man es jetzt nicht anders einstellt, Toleranzen kann man hier auch noch einstellen, aber das machen wir nicht. Ja, erster Eindruck auf der Autobahn. Lenkassistent, Tempomat arbeiten super. Die Arbeiten sind sehr, sehr ruhig, was Lenkbewegungen so angeht. Das ist nichts hektisch. Das Lenkrad bewegt sich. Er fährt hier super die Kurven. Lenkrad bewegt sich nicht irgendwie noch mal zwischendurch. Er korrigiert also nicht ständig nach. Das hatten wir zum Beispiel beim Ioniq 5. Der hat ständig korrigiert, sodass man da auch nicht so ein gutes Gefühl hatte, wenn man 130 gefahren ist. Hier ist es alles ruhig. Er fährt wunderschön. Ist auch leise. Es ist ein bisschen Wind heute. Fahrgeräusche hört man aber nur leicht. Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir sind auf den Verbrauch, bin ich nachher sehr gespannt. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Strecke geschafft. Und ja, ich melde mich gleich zum Fazit wieder. So, wir sind wieder zurück von unserer Verbrauchstour. 48 Kilometer sind wir gefahren in 44 Minuten. Und waren unterwegs auf der Bundesstraße in der Ortschaft, in der Stadt, auf der Autobahn. Mit adaptivem Tempomat. Das heißt, er ist immer das gefahren, was auch erlaubt ist. Auf der Autobahn sind wir 130 gefahren. Mussten auch kaum eigentlich mal abbremsen zwischendurch. Sie sind sehr gut durchgekommen. Ja, und jetzt der Trommelwirbel. Was haben wir verbraucht bei 8 Grad Außentemperatur, Sonnenschein? Wir haben einen Verbrauch von 18,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass wir von den 64,7 Kilowattstunden nutzbarer Energie rund 60 rausfahren, also deutlich unter 10 Prozent dann auch schon in der Reichweite sind, dann hätten wir etwas mehr als 300, 300, 320 Kilometer Reichweite ungefähr jetzt gehabt bei den Temperaturen. Das ist, denke ich, ein sehr guter Wert dafür, dass der Verbrauch WLTP bei 16,8 bis 18,1 liegt. Also wenn wir den höheren annehmen, 18,1, dann hätten wir tatsächlich mit 18,8 doch einen sehr guten Wert dafür, dass der WLTP-Wert eigentlich mehr ein Laborwert, ein theoretischer Wert ist. Da bin ich schon mal sehr begeistert von. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn die Temperaturen dann im Frühjahr so bei 20 Grad rumliegen, wo der Akku sich wirklich wohlfühlt, wo das Auto dann dementsprechend noch effizienter sein soll. Aber im ersten Moment bin ich sehr zufrieden mit der Effizienz. Ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, ich habe für euch ja gesagt, wir haben noch viel vor hier auf dem Kanal, dann abonniert gerne den Kanal. Aktiviert die Glocke, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ja, und dann bleibt mir nichts weiter als erstmal vielen Dank fürs Zuschauen zu sagen und wir sehen uns bald wieder. Ciao.